Die Abgründe von LinkedIn. Okay, schauen wir mal bei Two Bored Guys. Nein. Die Abgründe von LinkedIn. Jojojo Gang, David am Start hier für euch. LinkedIn ist schon lange nicht mehr nur da, um neue Jobs an Land zu ziehen und so zu tun, als wäre man beruflich wahnsinnig gut vernetzt. Früher konnte man noch einfach behaupten, man wäre Associate bei Pretty Little Marketer und sich für die neue Position feiern lassen. Heute wird man darauf aufmerksam gemacht, dass das ein Fehler sei und wird sogar aufgefordert, den Fehler zu beheben. Doch es wird noch viel peinlicher. Neben überragenden Social Skills von sensiblen CEOs posten Leute, wenn sie von Vögeln angesch***ten wurden oder ihren ersten Gabelstapler verkauft haben. Es gibt Lifehacks dazu, wie man dem Unternehmen auf Geschäftsreisengeld für Essen sparen kann. Einige nutzen sogar den Tod von Familienmitgliedern, um das eigene Binness und die Personal Brand zu pushen. Steigen wir hinab in die Abgründe von LinkedIn. Two Bored Guys! Der Sponsor dieses Videos feiert ein großes Comeback. Clark. Blinkist. Ah! Doch nicht. Ich mag Blinkist, aber Blinkist wird wohl auch kritisiert dafür, dass sie Bücher stehlen oder so. War das nicht so? Auf Blinkist findet ihr Zusammenfassungen von über 5000 Sachbüchern aus 27 Kategorien. Mit der App könnt ihr euch die Kernaussagen in knapp 15 Minuten durchlesen. Wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr sie euch als Hörbücher geben. Mit dem neuen Feature Blinkist Connect könnt ihr euer Premium-Abo kostenlos mit zwei Accounts nutzen. Die zweite Person könnt ihr ganz einfach über die App einladen. Ich habe mir zum Beispiel vor ein paar Monaten eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Harari beim Joggen angehört. Darin geht es um uns, Homo Sapiens, was uns von anderen Tieren unterscheidet und wie wir uns bis heute entwickelt haben. Daraufhin habe ich mir im Anschluss das Buch geholt und es im Urlaub gelesen. Es gibt Zusammenfassungen aus... Wir Autoren bekommen keine Tantien von Blinkist. Ist das nicht total scheiße? Aus allen möglichen Themengebieten, zum Beispiel... Bruder, Blinkist ist einfach der Keystore vom... Bruder, Blinkist ist einfach der Bücher-Keystore. Das ist G2A für Bücher. Holy Fuck! Man wird auf das Buch angefixt. Wird man das? Wissenschaft, Wirtschaft, Lifestyle oder Psychologie unter blinkist.de slash 2boardguys Hmm... Jetzt kriegt ihr 25% Rabatt auf ein Premium-Jahres-Abo. Außerdem könnt ihr das Abo eine Woche lang kostenlos testen. Vergangenen Sommer hat dieses Bild weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Ich verstehe gerade nicht. Ich weiß nicht. Du bekommst eine Zusammenfassung für das Buch. Das ist wie Wikipedia. Aber es ist ein bezahlter Dienst. Also es ist so... Ich weiß nicht, ob das wie Wikipedia ist. Es ist nicht das erste Mal, dass ich davon höre, wenn ich an Blinkist denke, dachte ich auch immer, ist cool. Ich habe das auch eine Weile genutzt. Bis ich das erste Mal davon gehört habe, dass keinerlei... Keine Symbiose zwischen den Autoren und dem tatsächlichen Blink dann stattfindet. Das ist wirklich weird. Und ich will gar nicht sagen urheberrechts. Ich dachte einfach... Gibt es da nicht einfach dieses... Also das ist doch... Das klingt total... Stell mal vor, du liest ein Buch. Stell mal vor, du liest... Deutschland schafft sich ab von Sarrazin. Und dann... Und dann schreibst du das nieder, was da drin steht. Also eine Menge Fremdfeindlichkeit und so. Und dann schreibst du das einfach auf und verkaufst das. Dann ist das ja erst mal gut, dass Sarrazin davon nichts bekommt. Das ist sehr gut. Das erleichtert. Aber wenn du dann Bücher liest, die richtig gut sind, dann ist das irgendwie scheiße. Na? Hm. Ein weinender CEO zeigt auf LinkedIn, wie elendig er sich fühlt, nachdem er zwei seiner Mitarbeiter gefeuert hat. Der verletzlichste Post, den er jemals geteilt hat. Cringe. Wenn jemand entlassen wird, gerade in den USA, könnte man schnell denken, dass diejenigen, die den Job verlieren, die Leidtragenden sind. Da immerhin ihre Existenz bedroht wird. Aber dieses gar nicht gestellte LinkedIn-Selfie mit verquollenen Augen und sich hart erarbeiteten Tränen ist ein Weckruf an uns alle. Die Gefühle der CEOs und Manager in solch schweren Momenten, in denen sie über die Schicksale ihrer Belegschaft entscheiden, sind mindestens genauso wichtig. Der Typ ist mittlerweile ein richtiger LinkedIn-Influencer mit über 40.000 Followern. Yes, bei LinkedIn gibt's auch Follower. Und vor knapp zwei Monaten hat er nochmal einen rausgehauen. Er hat einen richtig langen Post über den Tod seiner Großmutter veröffentlicht. In den ersten zwei Sätzen geht's dann auch tatsächlich um die Großmutter. Ab dann geht's nur noch um ihn, um seinen Grind-Lifestyle und er promotet sein Business. Der Typ ist absolute Realsatire, aber auf LinkedIn gibt's natürlich noch mehr. Es gibt einen ganzen Subreddit mit dem Namen LinkedInLunatics zu den Auswüchsen auf LinkedIn. Massives Shoutout, da ist absolutes Gold bei. Brayden von vorhin ist nicht der einzige Manager, der etwas realitätsferne, weirde Ratschläge gibt. Dieser Dude hat erstmal einen absolut stabilen Bart und wer hätt's gedacht, er ist auch CEO bei einer Rasiererfirma. Und er hat, wie so viele Menschen auf LinkedIn, ein Problem mit Freizeit im jungen Alter. Seine Message an alle 22-Jährigen ist deshalb, gut essen, fit bleiben, aber auch die 18-Stunden-Arbeitstage für vier, fünf Jahre pullen. Andere Business Coaches What? Autor hier, das ist nicht wie ein Reaction-Video oder ein Wikipedia-Eintrag, das ist Diebstahl. Also man könnte auch sagen, ein Reaction-Video ist ein Diebstahl. Weil ihr kriegt ja, also wenn ich jetzt beispielsweise auf ein Video reagiere, dann kriegt derjenige, der das Video gemacht hat, ja auch nichts dadurch, außer einen extra Fokus von, ich sag mal, monetär, nicht. Aber er könnte es claimen. Na gut, vielleicht ist es doch nicht genauso, weil YouTube eigentlich relativ viel machen kann. Also man kann schon sehr viel machen mit Reaktionsvideos. Warum sind hier, erstmal andere Frage, warum sind hier so viele Autoren? Und ja, ich meine über zwei Leute, die in meinem Chat schon gesagt haben, ja, ich bin Autor, ist schon eine Menge Autoren. Warum haben wir so viele Autoren? Hä? Ich bin kein Autor. Ne? Ich bin, oder? Was, was bin ich eigentlich? Autorenchat? weil ich gerade für den Verfassungsschutz einen Bericht für dich schreibe. Verfassungsschutz! Mary Chrysler! Mary Chrysler! Mary Chrysler! ... sei keine gute Idee. Das würde der Firma nämlich zeigen, dass sie auch ohne dich auskommen. Und deshalb soll man nach... Mary Chrysler! ...weniger Fragen. Selbst Montes Autor? Ne, ne, ne. Monta hat das nicht geschrieben, der hat das selbst schreiben lassen. Der hat jemanden nur erzählt und gesagt, Ja, Digga, dann war ich bei meiner... Dann war ich bei meiner Oma, Digga, und dann gibt es das erstmal richtig lecker. Kohlrouladen! Und dann hat jemand eine schöne Geschichte draus gemacht. Motivation auf LinkedIn geht aber auch in extrem verschwurbelt. Silently hear everyone. Accept what is good. Reject and forget what is not. This is intelligent living. Good morning. Mhm, okay. Ein wütender Mitarbeiter kommentiert daraufhin einfach nur... First pay salaries on time. And then post on time. Slay? Einige Manager und Startups glänzen auch mit innovativen Ideen. Hier wird beschrieben, wie in einem Unternehmen die Just Eat Power Hour eingeführt wurde. Vielen Mitarbeitern ist es schwer gefallen, mittags Zeit weg vom Monitor zu verbringen. So rollt die Firma einfach nicht und deshalb gibt es jetzt die innovative Power Hour. Eine Stunde für Mittagessen, einen kleinen Spaziergang oder worauf auch immer du Lust hast. Den meisten von uns ist dieses neue Startup-Konzept vielleicht besser bekannt als Mittagspause. Ich frag mich echt, wie viele Leute im PR-Team da wie viele Nächte brainstormen mussten, um auf diese brillante Idee zu kommen. Es gibt aber auch Manager mit noch weniger Taktgefühl auf LinkedIn. Die Amazon-Eventindustrie von der Amazon-Eventindustrie von der Amazon-Eventindustrie Das ist am Ende des Tages das Wichtigste auf LinkedIn. Wer 1,2 Milliarden im Lotto oder 100.000 Follower auf LinkedIn wählen kann, nimmt immer die Follower, da man niemals die Power der Personal Brand unterschätzen darf. Ein perfektes Beispiel dafür ist Mitch hier, der sich selbst als Personal Trainer for your mind bezeichnet. Er war neulich auf einer Hochzeit und fünf Leute, die er noch nie getroffen hat, haben ihn gefragt, ob er nicht Mitch von LinkedIn sei. Erst dachte er sich, dass es ein verrückter Zufall sei. Doch bei der fünften Person hat er verstanden, wie powerful es ist, sich eine Personal Brand aufzubauen. Eine Personal Brand? Yikes. Auf LinkedIn gibt es viele Menschen, die langfristig so cool und großartig vernetzt sein wollen wie Mitch. Da gibt's Leute, die Selfies aus dem Stau auf dem Weg zur Arbeit machen und für ihren Job halt auch den Busy-Verkehr in Kauf nehmen, weil Hashtag LoveMyJob, Hashtag LoveMyTime und Hashtag MeAgain. Oder Workaholics, die super unangebrachte Selfies vom Krankenhausbett des Bruders machen und sich bedanken, dass sie remote arbeiten können. Hashtag Grateful. Bruder, was ist auf LinkedIn los? Es gibt super, super, super lustige Posts im Hochze... Me on my wedding as a Freelancer. ...als Outfit, weil Clients größer Hass bin. Es gibt aber auch Leute aus der Gen Z, die Gleichaltrige verteufeln, weil die Gen Z eigentlich kein Recht darauf hat, so was wie eine Work-Life-Balance zu fordern, weil sie gerade in ihren besten Arbeitsjahren sind. All diese Leute haben ihre Prioritäten natürlich straight. Da wird halt erst geschaut, ob's der schwangeren Frau gut geht, nachdem das Glas Wasser getrunken und auf LinkedIn gepostet wurde. Besonders nennenswert in dieser Wannabe-High-Performer-LinkedIn-Bubble ist Joshua. Joshua aus der Business Class weiß nämlich, wie's läuft. Weekends are for the weak und erst, wenn du dein volles Potenzial bezüglich Einkommen, Fitness und Wohlstand hast... Weekends are for the weak. ...was? ...darfst du dir mal frei nehmen. Get rich or die trying. Ganz einfach. Nachdem dieser Post bei LinkedIn-Lunatics mehrere tausend Upvotes bekommen hat, hat sich Joshua dann aber zum Glück noch mal zum niederen Volk hinabgelassen und sich aus seinem Luxusurlaub gemeldet. Ein mega cooles Piece an all die Broke-People mit 0815-Jobs, die von seinen LinkedIn-Posts getriggert werden. Entweder bist du dumm, arrogant oder einfach nur faul. Am Ende des Videos würde ich euch gerne noch die motivierende LinkedIn-Stand, Story vom lieben Lumko Soll Wandle vorlesen. Gestern war ich unterwegs zu einem Vorstellungsgespräch. An der Straße habe ich einen hungernden Hund gesehen. Ich hielt an, um ihn zu füttern und habe das Interview deshalb verpasst. Am nächsten Tag habe ich einen Anruf bekommen. Ich bekam eine zweite Chance für das Interview und solle doch vorbeikommen. Ich war zwar überrascht, aber bin hingegangen. Der Interviewer kam rein. Es war der Hund. Ich hoffe, euch hat diese kleine Geschichte gefallen. Ansonsten, liebe Gang, feiert gut und Case closed. Wundervoll. So ist es. So läuft es. Es war der Hund. Ich habe einen Hund gefüttert und dann habe ich den Unternehmerhund getroffen. Wundervoll. Wunderschön. Wundervoll. Vielen Dank.